Es muss ja immer am Abend, wenn hier was ist, jemand zuschließen. Und an dem Abend war das halt dann zufällig meine Schwester. Er hat dann im Nachhinein gesagt, das war der richtige Moment und für meine Schwester der falsche Zeitpunkt. Für viele ist Mord eine spannende True-Crime-Story, egal ob als Podcast oder Doku, auch für mich. Aber für einige ist das Realität. Ich bin heute in Kromlau. Hier wurde 2005 die 15-jährige Susi ermordet. Und ich möchte wissen, wie geht man damit um, wenn ein Familienmitglied ermordet wird. Deshalb treffe ich heute Anna, sie ist ihre Schwester. Wir werden über den Tatvorgang sprechen, wir werden zum Tatort gehen und auch zum Grab. Und deshalb hier auch die Triggerwarnung. Falls ihr euch von Gewalt oder von den Sachen, die wir besprechen werden, getriggert fühlt, dann schaltet ab oder sucht euch jemanden, mit dem ihr das Ganze schauen könnt. Und wer hier ist? Hallo! Hi, schön, dass du hier bist. Ich freue mich, hier zu sein. Wir können ja noch einen Kaffee trinken. Wir setzen uns einfach auf die Terrasse. Willst du auch Kaffee verkaufen? Ja, bitte. Wie geht es dir? Jetzt, wo du da bist, geht es mir wieder gut. Aber ich war extrem nervös. In der Anmoderation habe ich mich dann gefragt, sag ich, du bist ihre Schwester oder du warst ihre Schwester? Ich finde es besser, wenn man sagt, dass es meine Schwester ist oder ich würde das selber von mir auch sagen. Meine Schwester ist für mich auch 30 und nicht 15 in dem Alter, in dem sie damals ermordet wurde. Also für mich ist das eine präsente Person. Wie alt bist du denn und wie alt warst du damals? Ich bin jetzt 20 und damals war ich 5. Wie hast du deine Schwester quasi in Erinnerung? Ich habe es so erzählt bekommen und habe auch selber den Eindruck, dass meine Schwester mich abgöttisch geliebt hat. Also sie hat mich auch oft mit zu Freunden genommen und viel mit mir gemacht und sich viel mit mir beschäftigt. Und ich habe es auch so wahrgenommen. Also klar, mit 5 habe ich jetzt nicht 1000 Erinnerungen an meine Schwester, aber ich habe welche. Und die sind auch alle durchweg positiv. Wie haben dir das deine Eltern überhaupt erklärt? Kannst du dich daran erinnern? Also ich kann mich schon noch daran erinnern, dass sie halt nicht nach Hause gekommen ist. Und das merkt man ja als Kind auch, dass meine Eltern dann halt nervös geworden sind. Und zum Beispiel an dem Tag musste ich, also ab diesem Tag musste ich keinen Mittagsschlaf mehr machen, weil wir zur Polizei gefahren sind und eine Vermisstenanzeige aufgegeben haben. Und in der Nacht haben halt alle ganz krommlau, haben meine Schwester gesucht. Und genau, am Frühstückstisch haben meine Eltern gesagt, ja, Anna, die Susi kommt nicht mehr wieder. Und normalerweise müsste man ja eigentlich denken, dass man mit 5 Jahren gar keine Ahnung davon hat, was tot bedeutet. Und eigentlich hätte man ja denken können, die ist in Urlaub gefahren oder irgendwie ausgewandert. Aber ich wusste eigentlich ziemlich genau, was so abgegangen ist. Wie hast du das geschafft, so stark jetzt da zu sitzen und das so zu sagen? Ich habe krasse Eltern. Das sind die größten Vorbilder, die man haben kann. Die sind so stark. Und ich habe mir das einfach abgeguckt. Und ich beschäftige mich einfach viel mit mir selber. Ich reflektiere unheimlich viel und versuche trotzdem halt immer noch so irgendwie meinen Sinn im Leben zu finden. Und nicht nur das Negative zu sehen, weil das kann schön sein und man muss das nutzen. Und ich glaube nicht, dass meine Schwester im Himmel sitzt und es cool fänden würde, wenn ich ihr den ganzen Tag heulen würde. Sondern die will, dass ich 20 Jahre alt bin und genau mein Ding durchziehe und das mache ich auch. Weil das hätte sie so gewollt oder das will sie jetzt immer noch. Du bist so eine junge, schöne, strahlende Frau. Und auch so wie du es sagst, glaube ich, weiß man oder hört man dann, dass egal wie schlimm irgendwas ist, man trotzdem zu einem Punkt kommen kann, wo du sagst, du studierst und du machst dein Ding. Genau. Es ist schlimm, aber es ist auch gut. Ja, genau. Ja, man muss damit versuchen, Leben zu lernen. Wie war deine Schwester und wie sah ihr Leben aus? Also ich glaube schon, dass sie sehr gesellig war und viele Freunde hatte und auch immer viel unternommen hat mit denen, vor allem durch den Jugendclub, den die in Kromlau ja auch hatten oder wir jetzt wieder haben. Haben sich da mal viele Leute getroffen und meine Schwester war da auch oft dabei. Also ich bin dann auch unsicher, wenn du jetzt zum Beispiel erzählst, dass sie im Jugendclub war und dass sie da viel mit den Freunden war und ich denke, ah, da werden wir nachher auch hingehen, denn da ist es eigentlich passiert. Genau. Ja, also ich verstehe schon, dass man da vielleicht auch Angst hat, drüber zu reden oder dass es auch ein komischer Ort ist, hinzugehen, aber das ist eben ein Ort, an dem sehr, sehr viel Schönes passiert ist und an dem meine Schwester auch sehr viel Spaß hatte. Was da passiert ist, werden wir jetzt direkt da vor Ort besprechen und kommen aber später zurück, weil wir noch mit deinen Eltern gereden werden. Genau. Die kommen am Abend noch dazu. Du hast erzählt, dass Susi sehr viel hier war und ja auch immer hier lang gelaufen ist. Genau. Und der Täter ja auch direkt neben dem Park gewohnt hat. Ja. Kannten die sich schon? Hatten die häufiger Kontakt oder wie war eigentlich deren Beziehung zueinander? Ja, den kannte ich jeder. Meine Schwester kannte den auch. Der war auch öfter mal bei denen so mit dabei, wenn die was unternommen haben, weil er halt hier gewohnt hat und der Jugendclub ja dann so ein Anlaufspunkt war für die jungen Menschen hier. Und der war ein erwachsener Mann, ne? 35. Genau. Ja. Kannten deine Eltern den dann auch? Ja. Die wussten auch, das ist auf jeden Fall, die hatten jetzt glaube ich nicht so viel miteinander zu tun, aber wussten auf jeden Fall, wer das ist. Und das ist der Jugendclub von Kromlau? Genau. Wahrscheinlich der Hotspot, weil hier ja nicht so viel passiert. Weil man hier seine Ruhe hat. Ihr habt ja auch gesehen, dass es ein bisschen abgeschieden hat. Ja. Du hast auch einen Schlüssel bekommen. Genau, ich habe den Schlüssel bekommen. Wie man auch sehen kann, ist meine Schwester auch hier präsent. Diese Ecke gibt es auch schon immer. Seit ich denken kann jedenfalls. Und jeder hat bei uns auch so ein T-Shirt, so ein Jugendclub-T-Shirt. Und das war sozusagen ihr... Oh, das ist ihr T-Shirt. Mhm. Hast du eigentlich auch Kontakt zu ihren Freunden? Kennst du die? Wie ist eure Beziehung? Also ich kenne sehr viele von ihren Freunden, auch dadurch, dass hier viele ja noch wohnen. Ich glaube auch, dass so einige öfter mal ein Auge auf mich haben, als ich mitbekomme. Viele haben auch, als ich sie so mitbekommen habe, dass ich das langsam so verstehe, auch Sorgen gemacht, wie ich damit umgehe und waren auch immer für mich da. Und ich bin total froh, dass das so ist, weil ich ja dadurch auch ein Stück von meiner Schwester noch mehr habe. Ja, wenn man überlegt, dass man seine, keine Ahnung, beste Freundin durch den Mord verliert, zum Beispiel. Ehrlich gesagt, habe ich bis dahin, bis eben gerade auch überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ja, ich bin nicht bester Freund oder beste Freundin, die sich auch die Frage gestellt haben, was wäre denn, wenn ich hier gewesen wäre? Das Ganze war ja nicht geplant, und dass es meine Schwester ist. Das war eine gute Gelegenheit. Das hätte jeder andere auch sein können. Willst du mir oder uns erzählen, was passiert ist und wie das passiert ist? Wollen wir uns kurz hinsetzen? Ja. Ja. Kannst du erzählen, wie das passiert ist? Zu 100 Prozent weiß ich es nicht, weil ich es vielleicht verdränge und weil ich es nicht wissen will, weil ich noch nicht so weit bin. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es muss ja immer am Abend, wenn hier was ist, jemand zuschließen. Und an dem Abend war das halt dann zufällig meine Schwester. Also die hat dann halt den Schlüssel gehabt und würde da zuschließen. Und der Mörder hat hier gewartet, bis keiner mehr war und wollte dann noch was trinken. Und dann hat er sie erwürgt, also sie ist erstickt. Was ich nebenbei auch mit eine, das ist einer der schlimmsten Tode, glaube ich, die man haben kann. Und das war ein Sexualverbrechen. Mhm. Also mehr will ich da jetzt oder kann auch nicht drüber reden. Ja. Voll. Genau. Also brauchst du auch überhaupt nicht. Er hat dann im Nachhinein gesagt, das war der richtige Moment und für meine Schwester der falsche Zeitpunkt. Wenn wir eine Pause machen sollen oder du eine Pause brauchst, sag ich. Sag es und nimmst du uns. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das so fragen kann, aber ich frage das einfach so. Hatte sie hier erstickt? Ja. Genau hier. Und das ist nicht nur für dich gruselig. Ja. Jetzt gerade in der Situation, wenn wir so darüber reden, geht es mir wirklich, das belastet mich total und das ist auch ganz schlimm. Aber für mich kann das an jedem anderen Ort genauso schlimm sein, wo ich weiß, das ist nicht der Tatort. Einfach, weil meine Gefühle nicht abhängig von so einem Ort sind, sondern die sind halt in mir und das kann überall sein. Aber natürlich würde ich niemals hier alleine irgendwie von irgendeiner Veranstaltung nach Hause laufen. Wie ging es dann weiter? Was ist dann passiert? Er hat hier zugeschlossen. Es gab ja auch Leute, die währenddessen hier hochgehen wollten. Ja. Die dachten, meine Schwester ist schon zu Hause und hat ihr Fahrrad stehen lassen. Krass. Und dann hat er ihr Fahrrad in so einen kleinen See, den kann man fast sehen, von hier, geworfen. Da können wir dann noch dran vorbeigehen. Und meine Schwester selber hat er da hinten in den Laubhaufen geworfen. Und dann ist er abgehauen? Genau. Wie hat man ihn dann gefunden oder hat er sich gestellt? Der hat sich gestellt. Weißt du, wie der aussieht? Oder? Nee. Ich würde den nicht erkennen. Ich würde nicht wissen, wer das ist. Ich würde es auch um Gottes Willen nicht wollen. Aber ich setze mich schon damit auseinander und habe so Gedanken, was das mit meinen Emotionen verändert, wenn ich weiß, dass er halt einfach nicht mehr im Gefängnis ist. Aber ich kann diesen Menschen meine Gedanken nicht widmen. Du hast vorhin gesagt, das Fahrrad wurde in den Teich geschmissen. Und das kann man eigentlich sehen. Von hier wollen wir einmal nach oben. Genau, ja. Wir können da langlaufen. Wie ist es für dich, hier langzulaufen? Also, das ist schon nicht so schön. Gerade, weil man diesen Tathergang, wenn man das so erzählt und wie das damals alles so miterlebt wurde, wie halt in so einem Film. Das ist schon krass. Hier hat man dann damals ihr Fahrrad gefunden. Genau, und hier wurde sie dann gefunden. und hier ist es so, dass der ganze Ort gesucht hat, ne? Ja. Und sie dann hier gefunden wurde. Ist sie dann hier in der Nähe beerdigt worden? Der Friedhof ist auch da bei meinem Elternhaus sozusagen. Da können wir dann auch gerne noch mal hingehen. Also, es ist hier alles an einem Ort. Genau. Schauen wir da hin? Ja. Wie oft gehst du denn hierher? Ja. Ich komm hier nicht so oft her. Also, so zum Todestag oder wenn ich schon mal das Bedürfnis hab, hierher zu kommen. Und es ist auch kein Ort, an dem ich bewusst trauere. Ich persönlich geh ja auch nicht so gern auf den Friedhof, weil die Beerdigung dann immer wieder hochkommt quasi. Wie ist das für dich? Ich hab die Beerdigung wie aus meinem Kopf ausgebrannt. Und ich hab mir letztes Jahr erst das Video von der Beerdigung angeguckt. Und das hab ich mich auch mit meiner Psychologin drauf vorbereitet. Extra dafür bin ich auch wieder zu ihr gegangen, weil ich wusste, dass ich das alleine nicht schaffen werde. Und hast du aber von dir aus gesagt, du möchtest, dass wir ihn sehen? Ja, genau. Das war halt dann ein weiterer Schritt in meinem Prozess, damit so klarzukommen. Ich muss sagen, dass ich selber öfters unsicher bin und Angst hab, was falsch zu sagen. Nicht nur, weil es ein Mord war, sondern weil sie ja dadurch dieses Trauma hat und weil es einfach so, ja, ein Thema ist, das so schlimm ist. Ich frau mich auf jeden Fall, dass wir Teil davon sein können und, ähm, wie auch die Blumen niederlegen können jetzt. Da ist es. Du siehst ja auch schon von der Gestaltung, da geben meine Eltern sich auch echt viel Mühe und da liegt ja auch ein Foto von Jugendclub zum Beispiel. Und der große Wagen, ähm, der ist halt da, weil ich als fünfjähriges Kind natürlich gefragt habe, ja, wo ist denn die Susi jetzt? Und meine Eltern haben mir halt gesagt, auf dem Stern. Deswegen habe ich den auch tätowiert, hier, so ein bisschen. Oh, genau. Ja. Du bist ja jetzt schon 20. Wie hat dich das beeinflusst? Also, so geäußert hat sich das am Anfang bei mir eigentlich mit einer Essstörung. Also, da war ich so elf, zwölf, da ging das so los. Da habe ich halt wahrscheinlich in mir gemerkt, dass irgendwas ist und wollte das damit kompensieren, dass ich über irgendwas die Kontrolle habe und das war halt in dem Fall das Essen. und habe dann eigentlich eine Therapie angefangen wegen dieser Essstörung und als ich dann herausgestellt habe, warum ich das eigentlich mache, ging es so richtig bergab. Also, das war schon, dann habe ich Depressionen bekommen und dann war mir halt klar, ich muss da ganz viel aufarbeiten und es wird ganz, ganz, ganz lange dauern und es wird total furchtbar. Das war es auch, weil ich eben auch mir zum Beispiel ausgerechnet habe, an welchem Tag ich älter bin, als meine Schwester jemals war und an dem Tag habe ich mir halt auch die Frage gestellt, warum hast du das und ihr wurde das genommen? Und das so zu begreifen und zu wissen, du musst dich halt mit dieser Frage auseinandersetzen und da führt kein Weg dran vorbei, war es schon erst mal eine krasse Sache. Wollen wir die niederlegen? Können wir machen. Sehr schön. Der ist wirklich sehr schön. Was glaubst du, wie wäre dein Leben verlaufen, wenn das nicht passiert wäre? Das ist ja immer so eine Frage, die stelle ich mir auch voll oft. Einfach, wie es halt wäre, wenn man eine große Schwester hat. und also ich mach das eigentlich nicht so an Ereignissen fest, aber mein Abi-Ball war schon, das war schon echt schlimm. Weil du dir natürlich immer irgendwie ausmalst oder dir vorstellst, wie das halt wäre, wenn sie dabei wäre. Aber tatsächlich, glaube ich, wenn das nicht passiert wäre, wäre ich vielleicht emotional überhaupt nicht so reif, wie ich es jetzt bin. Zum Beispiel weiß, was wirklich ein wichtiges Problem ist oder was vielleicht, worüber man hinwegsehen kann und dass man sich vielleicht nicht so über Kleinigkeiten so aufregt, sondern auch zu schätzen, weiß, was wirklich wichtig ist wie Familie und dass man gesund ist und was man eigentlich überhaupt für ein Privileg hat, hier zu leben und was das Leben eigentlich für ein Geschenk ist und dass man das in vollen Zügen nutzen sollte und dass man ganz, ganz viele Möglichkeiten hat, das zu tun. Wollen wir dann vielleicht losgehen? Ja. Hallo! Wir sind da! Hallo! Vielen Dank für die Einladung. Sieht gut aus. Wie ist es für euch darüber zu sprechen? Ist es unangenehm, oder man hat gelernt, dass einfach das dazugehört jetzt? Da war Anna, die war fünf Jahre. Auf einmal war ihre Schwester weg. Sie hat genauso gelitten wie wir darunter. Sie konnte das ja auch alles noch nicht erfassen, was da passiert ist. Wir hatten viele, viele Freunde, die uns unheimlich unterstützt haben. Unser Pfarrer war immer an unserer Seite und hat uns in vielen Dingen geholfen. Wenn das Kind auch älter wird, wahrscheinlich habt ihr immer Angst auch um Anna. Und wenn Anna auch Party machen will. Das war schlimm. Das war ein ganz großes Problem. Aber ich habe mir immer wieder gesagt, wenn ich sie nicht loslasse, wenn ich sie einschränke, wie soll sie ihr Leben leben? Ich weiß noch, wie sie das erste Mal zum Festival fahren wollte. hatte, oh je. Das war, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, drei Tage weg. Wir haben es dann so gemacht, dass sie sich wirklich einmal am Tage melden sollte. Und das hat sie auch gemacht. Sie hat das auch ganz gut verstanden, wieso und warum. Und als sie wieder da war und alles gut war, es fiel unwahrscheinlich was ab. Und so war es eigentlich jedes Mal, wenn sie weggegangen ist. Und du hast ja auch gesagt, du bist so dankbar, dass du so viele Freiheiten auch hattest. Und das anscheinend genau der richtige Weg war, wie man es dann gemacht hat. Und wir kennen einen Großteil ihrer Freunde. Ja, das stimmt. Und ja, wissen sie da in der Gruppe eigentlich auch gut aufgehoben. Ja. Das Dorf ist ja nicht groß, das ist ja nur 280 Einwohner, das ist ja gar nicht, kennt man ja jeden. Und die haben sich alle, wirklich alle um die anderen gekümmert. Die Sache, dass irgendwie jeder sich kennt und das so ein kleiner Ort ist, war ja auch maßgeblich dann, als es passiert ist. Oder ihr, ich weiß nicht, können wir über den Täter sprechen? Ja, genau. Ihr kanntet den, glaube ich, auch, ne? Ja, wir kannten ihn. Das heißt, wir kannten ihn als Nachbarn. Da hätten wir auch nie geglaubt, dass der da zu fähig ist. Das haben wir also nie. Im Nachhinein weiß man dann immer, naja, hätte man das irgendwie ahnen können, hätte man nicht. Was fühlt ihr dem Täter gegenüber? Es wird einem immer gesagt, man soll ihm vergeben, damit man seine Ruhe findet. Ich kann ihm nicht vergeben. Er hat einen Teil von mir genommen. Er hat mir eins meiner Kinder genommen, ganz bewusst genommen, es war kein Unfall. Er wollte einfach, dass sie nicht mehr lebt. und das kann ich ihm nicht verzeihen. Ich will ihn nie mehr sehen. Das hoffen wir natürlich, dass das nie passiert, aber ansonsten ist er mir völlig gleichgültig. Für mich gehört er einfach wirklich lebenslänglich weggesperrt. Nach deutschem Recht kann er nach 15 Jahren seinen Haftprüfungsantrag stellen, ob er den Rest auf Bewährung bekommt. Das hat er selber abgelehnt, worüber wir doch eigentlich sehr froh sind. Wie hat der Tod von Susi eure Familie verändert? Wir sind auf alle Fälle wesentlich enger zusammengerutscht. Es gibt so ein schönes Beispiel, fällt mir gerade ein, wenn man so, wenn jeder so ein Seil in der Hand hat und das wird so irgendwie durchtrennt durch irgendwas, wenn man dann so einen Knoten reinmacht, rutschen diejenigen näher zusammen. Du hast gut beschrieben. Was würdet ihr Menschen raten, die Ähnliches durchleben? Sie sollten auf alle Fälle danach reden. Reden mit Freunden und sich nicht zurückziehen und sich nicht also man muss sich dem man muss sich versuchen dem zu stellen. Es ist gleichzeitig so schlimm eindrucksvoll euch zu sehen und zuzuhören dass man total sprachlos ist. Ja, das bin ich. Ich freue mich sehr, dass ihr das mit mir teilt und wir heute hier sind. Ich möchte auch anderen Eltern damit Mut machen. Es ist eine schlimme Zeit. Es lässt eigentlich los. Der Schmerz wird auch nicht weniger. Man muss es annehmen dass es so ist und anfangen wieder zu leben. Was wünschst du dir für die Zukunft? Ich hoffe dass ich noch ganz oft und lange hier mit meinen Eltern und meinem Bruder und meinem Freund und Freunden sitzen kann und dass es genauso weiter geht und ich nie vergesse dass ich Hilfe in Anspruch nehmen kann. Also auch in euch sucht euch Hilfe wenn ihr sie braucht es gibt Menschen die euch helfen können immer. Vielen Dank fürs offen sein und dass ich hier sein durfte vielen Dank dass du mich mitgenommen hast heute. Gerne. Ich fand es war ein sehr sehr eindrucksvoller Tag super dass wir noch mit den Eltern auch sprechen konnten und ich bin wirklich wie so oft super beeindruckt wie Menschen es schaffen mit den schlimmsten Dingen umzugehen und doch noch weiterzuleben ich hoffe dass ihr auch einiges davon mitnehmen konntet Tipp des Tages hier einmal den Kanal abonnieren dann verpasst ihr keine Folge und hier gibt es eine weitere Folge Hannah hat Sarah begleitet die hat ein Sternenkind zur Welt gebracht das heißt ihr Kind ist gestorben noch bevor es auf der Welt war und hier gibt es eine Folge von die Frage und da wird sich mit der Frage beschäftigt wie es ist wenn man den Tod 2 Menschen zu verantworten hat da seht ihr da